Noël. Hi. Also wir haben uns überlegt, wir haben ja, also du hast ja Geburtstag, ja gestern, ne, gehabt. Also wirft mal einen Text und ähm, ich, nee, ja, äh, wir wollten dir aber schenken, gell. Das war diese Karte. Also wir wollten dir sagen, gell, das ist ja sieben, Kreuz, nee, nee, Herz. Und ähm, wir wollten dir die so schenken halt, so geben, gell. Weil du hast ja, also wir, also nee, du hast gestern nämlich, woher warst du, und äh, deswegen gehörst du jetzt hier, gell. Happy Birthday. Das war scheiße. Das war geil. Das heißt, du musst dir die Karte schenken, okay? Ich muss das Video gucken. Oh, meine Socken. Knafel.